Wir gucken uns ein paar zuschauen. Wir checken euch mal. Jetzt wird es unangenehm, Chat. Okay, hier seid ihr. Seht ihr das? Kaffee Vollautomat zum Beispiel. 139 Nachrichten bis jetzt. Wir können alles sehen, Chat. Nur damit ihr Bescheid wisst. Wir sehen alles. Mal gucken, was der Kaffee Vollautomat zum ersten Mal hier geschrieben hat. Wir gehen ganz hoch. Wir wollen die Vergangenheit sehen. War die sowas? Machen Hip-Hop-Bar eigentlich eine Anspielung auf Lars oder hat das einen anderen Ursprung? Ich weiß nicht, ob es wirklich die erste Nachricht war, zumindest die erste, die da drin steht. Gio, was hältst du so von Dark Souls? Sympathisch. Im Hip-Hop-Bereich aktiv. Gaming. Passt. Officer Standard. Wir gehen mal bei dir rein. Alter, über 1000 Nachrichten, Bruder. Auch sauber. Keine Timeouts, alles entspannt. Bitte nicht bloßstellen. Ich kann dich nicht bloßstellen. Das kannst nur du. Junge, was ist los mit dir, Alter? Was ist denn mit dir falsch? Das hört gar nicht auf. Guckt euch das mal an. Was ist denn das hier? Kommt gut, böse. Attitüde macht vieles aus. Einfach das ja Feature. Es reicht als Punch. Oh, fuck, Alter. Richtiges JBB-Fanboy-Kiddy, Alter. Sagt ehrlich. Sagt ehrlich. Diese Nachrichten wirken wie so ein typisches JBB-Kiddy-Kommentar, Digga. Business Julian. Wann bist du morgen wieder? Okay, ey, der ist voll nett zu mir. Nein, ey, wir lassen ihn. Officer Standard. Guter Mann. Was bei Anja liebt Musik? Anja liebt Musik. Ist sauber. Keine Bands, keine Timeouts, aber auch über 1000 Nachrichten. Guck mal, Mike ist zum Beispiel eine pure Katastrophe. Also nehmt euch kein Beispiel an diesem Dude. Guckt euch das an. 11 Mal getimeoutet. Ich weiß gar nicht, warum der überhaupt noch schreiben kann. Guckt mal, wie oft ich den alleine getimeoutet habe. Überall Gio, Gio, Gio. Wieso ist er noch hier? Ich habe doch offensichtlich keinen Bock auf den. Wieso ist er noch da? Ich habe keine Ahnung. Mitleid. Was macht man mich? War oft besoffen im Chat. Ach du Scheiße. Ich hoffe, du holst dir jetzt hier nicht einen nachträglichen Bann rein. Wo bist du denn, Viktor? Hier. Viktor, pass auf. Sauber. Ja, sauber. Aber 183 Nachrichten nur. Ist im Vergleich sogar recht wenig. Das war anscheinend die erste Nachricht. Eins. War der nicht bei der Hall of Shame dabei? Die war gut. Zwei. Tot. Zwei. Eins. Zwei. Eins. 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 Zwei. 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 1440 Min. Zwei. Ab wann wusstest du, dass Sponji safe sunny ist? Green. Zwei. Ja, Mann. Das Video ist auch noch bei mir eingebrannt. Zwei. Eins. Eins. Was ist JMA? Eins. Eins. Zwei. Zwei. Bro. Ja? Willkommen bei uns. Sieht aus wie bei Knossi, oder? Safe. Halt in den Chat. Hat agger Timeouts. Ah, müsste ich mal sehen, aber ich glaube nicht. Hier, wo ist Schatzi? Hier ist Schatzi. Nee, doch, drei Timeouts. Einmal ich. Einmal so ehrenlos. Von Max. Guck mal hier. 2021. Alter, Max stimmt. Den sieht man auch kaum noch, ne? Unseren süßen Max, Alter. Aber auch viel geschrieben schon. Tausend Nachrichten, hätte ich gar nicht gedacht. Weil du ja nur ab und zu mal im Chat kurz was zu einem Thema beiträgst. Du bist jetzt nicht permanent aktiv so. Das waren doch die ersten Flirtversuche. Alter, als Agger hier im Chat war, habe ich sie schon längst gebankt. Bitte was, Schatzi? Mach Spaß. Ich wollte ein bisschen cool machen. Hauf. Ich habe Spaß gemacht, Mann. Ich wollte auch nur auf hart machen. Das stimmt außer... Ja, ist okay. Nimm doch ein... Lass mich doch mal da... Lass mich doch mal so... So maskulin, so männlich sein. Toxisch-männlich sein. Ja, ich gebe zu. War zu viel. Eins in den Chat, wenn es zu viel war, Chat. Eins in den Chat, wenn es zu viel war. Viktor, und jetzt will ich dich auch sehen. Viktor, zeig, was du kannst. Guck mal, Viktor war sogar der Erste. Drops gehen raus. Ja, Chat, ey, soll ich mich entschuldigen, eins in den Chat? Dann entschuldige ich mich auch. Ja? Hi, Schatz. Hi. Bist du sauer? Naja, ich denke mal schon. Warum? Ja, was warum? Ging das zu weit? Ich bin deine Frau. Wie redest du über mich? Das ist doch was ganz Normales zwischen zwei Menschen. Was ist daran normal? Ich habe sie gebankt. Ja, okay, die Wortwahl war ein bisschen... Junge. Wie respektlos. Das ist, wenn die Kamera an ist. Ja, ist mir doch egal. Ich entschuldige mich bei dir. Was schön auf meinen Kosten warst. Als du im Chat warst, habe ich schon mit dir geschlafen. Okay, aber das stimmt ja auch gar nicht, ne? Ja, okay. Aber ich habe es geträumt schon. Ja, das mag sein. Dann korrigiere ich. Ich habe es mir da schon vorgestellt. Ja, wahrscheinlich schon. Ich entschuldige mich bei dir. Du bist eine ehrenvolle Frau und hast nur den besten Mann an deiner Seite verdient. Ja, dann benne ich mich auch so. Mach ich, mein Schatz. I love you. Okay. Bis später. I love you. Ja, ich dich auch. Bye. Bye. Sie ist fucking sauer. Wenn du nochmal nachfragen musst. Wenn du nochmal, wenn du das Ich-liebe-dich nochmal hervorheben musst, weißt du, du hast scheiße gebaut. Guck mal. Ey, jetzt mal ernsthaft. War natürlich nicht so. Ich wollte doch nur auf cool machen. Ihr kennt das, ihr seid so in einer Jungsgruppe und dann labert ihr so scheiße. Ihr macht, ihr wisst gar nicht warum. Irgendwie so, das ist so indoktriniert. Gott, ich bin Opfer des Patriarchats. Ich kann gar nichts dafür. Eigentlich bin ich unschuldig. Die Filme in meiner Kindheit sind schuld. Einzelne Chat. Wenn das Patriarchat schuld ist, Chat. Gio will bis heute den ehemaligen Nord-BB-Kennies auf cool machen. Ja, es ist so, es ist das Problem. Ja, nee. War nicht so geil. Stimmt schon. Wir gehen mal bei Sevi rein. Wir gucken uns Sevis. Alter. Okay, wir gehen in Sevis Verlauf rein. Ein Timeout von Schatzi. 20 Nachrichten bis jetzt. Wir fangen an. Hey, bist du nicht der, der von Sponji gefickt wurde? Ha, nee, Spaß. Hatte dich nicht so auf Twitch verfolgt, aber schau deine JBB-Videos auf YouTube. Hey, bist du nicht der, der von Sponji gefickt wurde? Hey, bist du nicht der, der von Sponji gefickt wurde? Hey, bist du nicht der... Du siehst aus, als hättest du Schläge kassiert. Ich hab dein Bild bei Photoshop geöffnet und es hat sich deinstalliert. Kennst du die Line noch? Du siehst aus, als hättest du Schläge kassiert. Ich hab dein Bild bei Photoshop geöffnet und es hat sich deinstalliert. Kennst du die Line noch? Wenn du diese Nachricht vorliest, bekommst du einen Prime-Sub von mir. Ich wollte subben, aber es steht Fehler aufgetreten. Bitte später erneut. Hey, Gio, ich kann dir nicht mal folgen. Ich folge und entfolge direkt wieder. So, jetzt bin ich sub. Hallo, Gio. Gio, kennst du die Line noch? Jo, die Gammelslatt bekommt von mir einen Deepthroat kassiert. Dein Schläge, mein Kopf füllt ihren Mund aus wie Gio als Vierenträge. Gio, kennst du die... Ja, was soll ich sagen? Guck mal, die Sache ist, eigentlich jemand würde ich bannen. Entweder würde ich bannen oder so zwei Wochen Timeout. Aber er hat gesuppt. Er gibt Geld fürs Beleidigen. Ist okay. Hey, kennst du die Line noch? Gio, wer ist das? Miguel. Wir gehen rein. Null. Du bist sauber. Du bist sauber. Wir gehen trotzdem rein, um zu gucken, woher du kommst. Wir gehen zurück. Ganz hoch. Okay, save nicht deine erste Nachricht, denke ich. Geh mal schlafen und trägst keine Cap mehr. Okay, kaum ist die Cap runter, sind auf einmal ein paar Härchen auf der Platte. Bist du Italiener? Stell dir mal vor, deine Schwester würde Marie heißen. Chat, Alter, was ist los mit euch? Gefühlt. Gefühlt. Guck mal. Eigentlich, man muss es aus einer anderen Perspektive betrachten, Chat. Gefühlt fängt hier jeder als Opfer an, aber wird ein toller Mensch. Ich habe einen guten Einfluss auf euch. Jeder fängt scheiße an, aber ihr werdet nett. Guck mal, ich habe sie alle verwandelt. Von den Haters zu Fans. Wisst ihr, was ich meine? Stimmt, du sprichst Real Talk. Siehst du? Ist so. Guck mal, bei Dark ist es aber auch interessant. Darkie ist 15, Leute. Ist fünf. Guck mal, hier sieht man, oder? 15. 15, Chat. Lustiges Frettchen. 15, ja? Nicht übel nehmen, aber lass mal kurz gucken, wie kommt ein 15-Jähriger zum ersten Mal in diesen Chat rein? Ich will sehen. Auf jeden Fall aktiv. Acht Monate gesuppt. Jeden Monat sein Taschengeld hier reingesteckt. Props. Props. Wir gehen rein. Wird eine Weile dauern. Junge. Junge, wie viel schreibst du? Beruhig dich. Ich will wissen, wie du hier reingekommen bist. Bitte. Ey, Dark, tu mir den Gefallen. Lass es keine Sponji-Line sein. Bruder, bitte. Warum hält Twitch das überhaupt fest? Damit wir das alles sehen können. Wir können hier sogar Kommentare hinterlassen, die dann alle Mods sehen können und solche Geschichten. Wir können sogar, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber es gibt eine Funktion mittlerweile von Twitch. Ich kann anderen Streamern meine Meinung über euch mitteilen. Das heißt, ich kann andere warnen. Wenn einer von euch hier sich scheiße benimmt, kann ich eine Warnung rausschicken an andere Streamer. Wenn die euren Namen sehen, sehen die dann, Alter, der war woanders mal frech. Also passt ein bisschen auf, was ihr macht. Einmal drin, genau, wie so ein Führungszeugnis. Dann seid ihr am Arsch. Ey, ich hab keinen Bock mehr zu scrollen, Bruder. Du machst zu viel. Ey, aber ich, ey, Props gehen raus. Sag dir ehrlich, Darkie, Props gehen raus. Ein sehr aktiver Zuschauer. Ich feier das. Sehr aktiv. Lange am Zuschauen, aber auch immer dabei irgendwie seine, was zum Thema beitragen. Ah, hier. Los geht's, Freunde. Da ist er. Mit 15. Ne, 14 muss er da noch gewesen sein. Mit 14 Jahren kam er letztes Jahr hier rein. Moin. Mir geht's gut. Ein Freund hat über dich geredet. Hab deine Videos auf YouTube geguckt. Und so bin ich hier. Und Lieblingsfarbe Rot. Guck mal. 14 Jahre alt. 13 sogar. 13 Jahre alt. Und nimmt euch alle Hops. Er nimmt euch alle Hops. Guckt euch das an. Bin Löwe. Reaction-Kanal. Moin. Kanal. YouTube. Würde niemals denken, dass das die gleiche Person ist. Hatte David eigentlich einen Mutti-Tettel? Ja, das ist sein Bruder. Und der schreibt die Texte von David. Ich denke mal, es geht um David Nein, ne? Ich hoffe, Ente macht bei heute mal zwei mit. Zwei, zwei, eins, eins. Okay. Alles Gute. Moin. Und alles Gute. Pissstreifen. Vogel. Helikopter. Mad. Hä? Tagesblatt. Süddeutsche Zeitung. Fernseherwelle. Pissstreifen. Vogel. Helikopter. Man of Steel. Falco. Elvis. Harry Potter. Bürger. Michael Smollig. Zahnarzt. Star Wars. Wie schnell schreibt ihr alle? Harry Potter. Trennen. Betrunken. Musik hören. Schreibmaschine. Richter. Wahrscheinlich war da, irgendwas muss da gewesen sein. Das kann ja nicht, das ist ja nicht normal. Also das hat bestimmt seinen Grund. Es zählt nur der Anfang. Props geraustakt. Was? Das war Pantomime. Ah, das war dieser Pantomime. Stimmt. Da haben wir so einen Pantomime-Stream gemacht. Geil. Aber ohne Kontext mega funny. Stimmt. Da haben wir hier so, ne? So Pantomime-mäßig. Die Leute mussten raten. Okay, macht Sinn. Matcha. Wie sieht es bei Matcha aus? Sauber. Sauber. 1000 Nachrichten. Ein Timeout vom Punchline-Bot. Ist vernachlässigbar. Alles gut. Sauber. Bist sauber. Bist approved. Frost. Warte mal. Bei Frost müssen wir rein. Frost zwei Timeouts. Beide Male Punchline-Bot. Ist okay. Passt. Bist sauber. Bin ich sauber. Lennart. Zwei Timeouts. Einmal vom Punchline-Bot und einmal von Schatzi. Heute. Heute. Warum? Du bängst Aga und wirst gleichzeitig von Spon... Rede so nicht über meine Frau. Wie redest du über meine Frau? Wo kann ich dich bannen? Glück gehabt, dass ich es nicht finde. Das darf nur ich, Chat. Nur ich darf so reden. Ich kann mich nämlich persönlich entschuldigen mit Massage und so. Ich bin derjenige, der später leidet. Ich bin derjenige, mit dem Massageöl später. 30 Minuten. Wisst ihr, wie anstrengend es ist? Statt, sie knet mal noch da eine Runde. Oh, da ist auch unangenehm. Ich bin derjenige, der nach dem Stream komplett verschwitzt in seiner eigenen Suppe noch da sitzen kann und 30 Minuten an die Schulter massieren muss. Du nicht. Deswegen darf ich. Du nicht. Verstehst du? 10 Minuten ist schon die Hölle. Ist hart. Es ist so. Chefkoch-Timeouts. Sauber. Kann man sich nicht beschweren. Aber nicht so aktiv. 77 Nachrichten, Bruder. Streng dich mal ein bisschen an. Also wenn ich, es gibt so verschiedene Bilder, die ich im Kopf habe, wenn ich mir hinter den Chatnamen eine Person vorstelle. Green zum Beispiel rennt die ganze Zeit mit so einem Mikrofon durch die Gegend auf der Straße und zeigt Leuten irgendwelche Yakuza-Trailer und erzählt denen, wie cool dieses Spiel ist und will die zwingen, das zu spielen zum Beispiel. Frosty zum Beispiel, der rennt wie so ein Stalker quasi auf geisteskrankmäßig durch die Straßen und sucht Leute, die seine Playlisten durchchecken. Hier habe ich auch 20, meine Festplatte, 1000 Videos, 1000 Videos, 1000 Videos. Hast du noch, hast du? Und alle Leute am Volllabern, ob die noch irgendwo ein Video runtergeladen haben, was es nicht mehr auf YouTube gibt. Hast du noch diese Runde? Hast du die noch? 2012? So völlig verzweifelt, Augen schon blutrot, schwitzend, weinend, verzweifelt am Ende seiner Kräfte. Hauptsache, die letzte Runde kommt noch. Das ist Frost. Real Talk, Digga. Adrian, auch interessant. Zum Beispiel hier, guck mal, der Adrian. Ein Timeout kassiert. Vom Punchline-Bot, ist okay. Was waren so die letzten Nachrichten? Dope X, hey, bin Avatar, Abfolge 4 oder 5 oder nicht? Ist okay. Keiner, kein Frecher. Was mit Demon, Alter? Was geht ab, Bro? Übernimm mal die Keks. Wir haben uns Rapshit reingezogen. Das ist der, das ist der, das ist der Echte. Es ist der Echte. Aber keine Timeouts. Ein bisschen mehr Aktivität, Damon, Alter. Was ist los? Zwei Nachrichten? Dein Ernst? Nee, aber noch, noch, noch sauber. Noch ist er sauber. Ab jetzt jede Woche Freitag. Alter, es macht ja hier noch Werbung. Du Dreckiger! Reicht! Ich fordere dich zum Freestyle-Battle raus, Digga. Freestyle-Battle, Alter. Du kommst in meinen Chat und machst einen auf Werbung. Ich scheiß auf dich und deine Herkunft. Was für JMC. Du riechst die Faust ins Gesicht. Wirst du mich schlagen? Ich glaube nicht. Mal kurz den Battle-Gio ausgepackt. Vorbei. Raul, mein Süßer, ich danke dir für die drei Monate. Und schön, dass du so lange dabei bist. Seit 2020 folgst du. Du hast innerhalb... Nee, obwohl. Doch, seit 2020 folgst du. Du hast es geschafft, in drei Jahren 135 Nachrichten zu schreiben. Das schreibe ich am Tag meiner Mutter. Schäm dich mal ein bisschen. Aber danke fürs Geld. Nehmen wir. Du warst neun Nachrichten. Das checken wir aus, Alter. Neun Nachrichten, ja. Seit wann folgst du? Seit 2018? Fünf Jahre lang? Neun Nachrichten? So wenig bin ich dir wert, du Hund? Neun. Guck mal. Fünf Jahre, Mann. Guck mal. Ich sag mal so. Nicht zu subben hart. Aber ey, ich meine, einmal. Du hast einmal gesubbt, Bruder. Einmal? Aber neun Nachrichten? Okay, wir gehen nach oben. Wann war die erste Nachricht? Hä? Guck mal. 16.08.2022. Wie heißt die App? Dann ist er monatelang weg einfach. Vier Monate lang weg. Nach vier Monaten? Vielen Dank für den Sub. Den hat er sogar geschenkt bekommen, du Billiger. Das war nicht mein eigener. Schäm dich. Acht Monate später. Erdbeermarmelade ist toll. Weg war er. Wieder ein Monat. Die Lions nehmen gar kein Pfände. Fährenlose Hunde. Ah, das war die Termatic-Runde. Ach, gestern war er mal wieder da. Kuss. Ah, Junge, dieser Stream, Mann. Der macht mich fertig, Alter. Alter, seit 2017. Seit 2017, Chat. Das sind einfach mal, wie viele Jahre sind das? Äh, sechs Jahre, ne? Sechs Jahre. Erste Nachricht, natürlich PP überprüfen. Der Punchdown-Punkte checken, okay. 2017 übrigens. Zwei Wochen später, oder zehn Tage später. Hi, Leute. Und geiles Intro. Ich kauf überall ein. Ich hab nen Lidl, Rewe, Penny und Netto in der Nähe. Der Edeka ist leider nur 30 Minuten weg. Mit 14 einfach umzuziehen geht leider schwer. Ich hab Herbstferien. Da warst du noch 14. Ey, der Typ ist heute 21. Oder 20. Überlegt euch das mal. Der ist heute 20. Der war mit 14 hier am Start. Ich bin mit dem groß geworden. Ich fände es richtig geil, wenn Mario Odyssey wie Mario Galaxy in den zweiten Teil bekommen würde. Sympathisch. Nett. Süß. Kill den Oktopus und friss ihn dann auf. Was? Ich mag Mario 64. Aber es ist definitiv nicht das beste Mario-Spiel. Alle Monde hab ich. Sympathisch. Später nochmal Hi, Gio und Chat. Okay, dann aber wieder lange. Guck mal, dann ein Jahr. Alter, nee, drei Monate. Nee, vier Monate. Vier Monate weg. Okay. Dann mal wieder. Wie lange war er dann weg? Fünf Monate. Hi, Leute. Ein Jahr und ein Monat weg. Hallo? Ich finde G geil. Play, play. Bisschen, bisschen gemurmelt. Also ich bin quasi seine langweilige Schlampe, die er ab und zu mal besucht, wenn er nichts zu tun hat. Offensichtlich. Mehr bin ich ihm nicht wert. Ich bin der Typ, er sitzt zu Hause, alles langweilig. Kein Game zum Zocken, keine Serie zum Anschauen. Kumpels, keine Zeit. Alle Apps irgendwie durchgeballert. Pokémon Go, keine Möglichkeit mehr. Keine Lust drauf, nochmal weiter rumzulaufen. Alle Pokémon abgefarmt in seiner näheren Umgebung. Und dann sitzt er da und denkt sich, was mach ich jetzt? Und dann kriegt er die Benachrichtigung, Gio ist online und denkt sich, ja komm. Komm, war ich schon mal acht Monate nicht mehr da. Dann schreibt er, hi, was geht? Schreibt vielleicht noch, ja, mir auch und ist weg. Bisschen, acht Monate dann wieder, Bruder, ne? Wir sehen uns. Nee, passt. Aber ich mach's genauso. Ich mach's genauso. Bin ja nicht anders.